Willkommen zu Camping und Wohnmobil News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf WOMO-Blog. In der Folge 5 2021 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus den Foren und Facebook-Gruppen und was uns in den letzten vier Wochen so im Internet alles aufgefallen ist. Und auch dieses Mal könnt ihr sogar dreimal Produkte gewinnen. Und einen Rabattcodes haben wir auch für euch. Ausgabe Mai 2021 Was haben wir heute für euch? Vom deutschen Solar- und Elektronik-Spezialisten Wattstunde zeigen wir eine Solartasche und ihr könnt das gute Stück sogar gewinnen. Die unseres Erachtens beste Alarmanlage gibt es von T-Tronic, auch die erläutern wir im Detail. Dometic brilliert unter dem Namen Camper mit neun Stühlen und einem superleichten Tisch. Über Vanlife-Location können wir noch ein paar Neuheiten berichten. Die App Camping-Info bei PoiBase navigiert euch sicher mit langen, breiten und schweren Wohnmobilen ans Ziel. Ihr könnt bei uns dreimal die ProPlus und einmal die ProPlus-Navi-Lizenz gewinnen. Dann haben wir ein tolles Interview über die Schädlichkeit von Silberionen. Die Kollegen von womoblog.ch haben tolle Nachrichten zu vielen neuen Stellplätzen in der Schweiz. Diesmal kommt dann auch wirklich die Reserverat-Diskussion. Und bei den Büchern haben wir einen spannenden Camping-Krimi. Und wir verlosen dreimal das Buch Womo und weg aus dem Know-how-Verlag. Schwupps, mal kürzeres Outfit gewechselt. Aber dazu erzähle ich euch später mehr. Beginnen wir mit der Wattstunde. Bei Solartaschen kommt es auf die Stabilität an. Das haben wir vor einiger Zeit erlebt, als die Solarzelle beim Nachbarn laut und vernehmlich beim Hantieren mit Knack antwortete. Zu sehen war nichts, aber die Leistung war einfach nicht mehr vorhanden. Innen drin sind offenbar Verbindungen gebrochen. Die Solartasche war anschließend tot. Deswegen ist es gut, dass es Wattstunde gibt. Die Profis aus Lüneburg bauen nicht nur kleine und leistungsstarke Taschen, die optimiert sind für uns Camper. Sie entwickeln auch noch selbst und kaufen nicht einfach im China ein und kleben ihr Label drauf. Die Firma Wattstunde hat meines Wissens vor einigen Jahren sogar Sunfolder als erste in Deutschland auf den Markt gebracht. Damals war das noch außergewöhnlich. Heute gibt es viele Nachahmer, aber an das Original kommt keiner ran. Denn die Sunfolder von Wattstunde haben viele Vorteile. Bei gleicher Größe wiegen die Geräte von Wattstunde weniger und haben mehr Leistung. An den Seiten sind Ösen angebracht. Das hatten die Macher von Wattstunde wirklich als allererste. Und durch das flexible Material lässt sich der Sunfolder ganz einfach hinter die Windschutzscheibe klemmen. Das ist uns besonders wichtig, denn wenn wir mal unterwegs sind, wollen wir die Solartasche nicht einfach draußen stehen lassen. Das Adapterkabel bei Wattstunde ist mit einem Andersson Stecker ausgestattet. Das ist dann Plug and Play, also einfach anstecken und läuft. Das Kabel ist im Übrigen 5 Meter lang, das muss man bei anderen meist extra dazukaufen. Die Tasche selbst besteht aus robustem Cordura-Gewebe. Aber das Beste ist natürlich die Solarzelle. Und hier unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Ich bin kein Profi, deswegen zitiere ich mal aus einer Mail. Die rückseitig kontaktierten Sunpower-Zellen zeichnen sich dadurch aus, dass auf der Vorderseite keine Kontaktgitterlinsen sind. Sie eine äußerst solide Kupferrückwand haben. Diese sorgt mit ihrer Dicke für extreme Festigkeit, das merkt man ja dann auch, und ist korressionsbeständig. Und durch die rückseitig kontaktierte Solarzellentechnik ist man auf der Seite frei und kann jeden Sonnenstrahl optimal ausnutzen. Auf der Vorderseite wird also 100% der Sonne eingefangen. Dadurch arbeiten die Sunpower-Zellen früher am Tag, bringen bei Hitze um die Mittagsteig trotzdem ihre Leistungen und arbeiten in den Abendstunden länger als normale Module. Oder mit meinen eigenen Worten gesagt, ihr bekommt mehr Leistung für euer Geld bei optimaler Festigkeit und minimalstem Gewicht. Die verbauten Sunpower-Zellen haben zur Zeit den höchsten Wirkungsgrad am gesamten Markt. Mit 21,4 sucht man da seinesgleichens. Dieser Wirkungsgrad gibt an, wie viel Prozent der aus der Fläche eingestrahlten Sonnenenergie tatsächlich nachher in Strom umgewandelt werden kann. Wattstunde ist zudem Großhändler und Online-Shop-Betreiber, vielleicht kennt ihr sie unter dem Namen Solarkontor, und stellt auch eigene Solarmodule her. Also mehr Leistung, weniger Gewicht, lange haltbar. Wattstunde hat uns für euch einen Rabattcode gegeben. Mit dem Code WOMOBLOCK21 bekommt ihr 5% bei Wattstunde. Außerdem verlosen wir einen Sunfolder WS120F mit 120 Watt. Alles, was ihr tun müsst, ist auf WOMOBLOCK Abonnent werden. Das geht auf der WOMOBLOCK Startseite und zusätzlich eine E-Mail an gewinnspiel.womoblock mit dem Betreff Wattstunde und im Text natürlich euer Name und Adresse schreiben. Einsendeschluss ist der 30.06.2021. Die Gewinner werden ausgelost und werden per Mail benachrichtigt. Eine Bauauszahlung der Gewinner ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Wattstunde, Solartasche, sehr zu empfehlen. Mitmachen, ihr könnt was gewinnen. Alarmanlage T-Tronic. Wie Pro 3. Wenn Alarmanlage, dann T-Tronic. Wir waren vor anderthalb Jahren selbst mal im schönen Eckernförde und haben uns die Fertigung bei T-Tronic angeschaut. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Daniela Hill und Marc Tietje dann in den letzten Jahren aufgebaut haben. Marc Tietje hat sich unter dem eigenen Label und dem Namen T-Tronic ein Denkmal gesetzt. Denn hier in Eckernförde wird wirklich entwickelt und geforscht und nicht nur irgendwelche China-Gadgets zusammengebastelt. Ich sage es jetzt einmal außerhalb des Protokolls. Es gibt noch eine weitere Alarmanlage für Wohnmobile. Aber wenn man dann mal genauer recherchiert, stellt sich heraus, dass alle Daten in Russland zusammenkommen. Also App und Zugangsdaten und so weiter liegen vielleicht gar nicht in Deutschland. Sorry, vielleicht bin ich da jetzt sehr oldschool, aber da habe ich bei so sensiblen Themen gerne Ansprechpartner in Deutschland. Was kann jetzt die Alarmanlage Bipro 3? Die Alarmanlage aus Eckernförde ist modular aufgebaut. Und ihr erweitert sie, wie es euch gerade passt. Neben der eigentlichen Alarmanlage gibt es ein GPS-Modul. Ein Modul, das in der Lage ist, euer Fahrzeug aus der Ferne stillzulegen. Es gibt Gaswarner, eine Kopplung per App aus der Ferne und neuerdings auch per Bluetooth. Ihr könnt das bekannte Fiat-Problem mit den unkodierten Schlössern lösen. Und sogar Jammer, also Störsender, erkennt das Gerät frühzeitig und warnt noch, bevor die Täter zuschlagen. Und ja, das haben wir auf dem Caravan-Salon selbst erlebt. Da hat wohl jemand einen Jammer eingeschaltet und unsere Alarmanlage ging sofort los. Und die Warn-SMS erreicht uns, bevor etwas passieren konnte. Das ist ja oft im Internet das große Scheinargument gegen Alarmanlagen. Bösewichte würden trotzdem klauen, weil sie mit Störsendern arbeiten würden. Dem ist aber nicht so. Ich habe letzte Woche mit einem Spezialisten telefoniert und der erzählte mir, dass ein Wohnwagenhändler mehrere geklaute Wohnmobile durch den GPS-Träger wiederbekommen hatte und es bislang keinen Fall gab, wo ein Wohnmobil mit eingebauter Vipro 3 gestört und dann geklaut wurde. Irgendwann schaltet auch ein Bösewicht den Jammer aus. Und so ein Jammer stört auch nicht alle Frequenzen gleichzeitig. Auch das ist ein Irrglaube. Der Gelegenheitsspitz-Bube baut auch heute noch eher auf seine Schnelligkeit. Die Vipro 3 gibt es für Fiat, Ducato, Ibeco, Daily, für Mercedes, für Sprinter, für Ford Transit, für VW Crafter, VW-Busse, T5, T6, Renault und Master. In allen anderen wird sie nicht an den sogenannten Cannbus angeschlossen, sondern über die Funkkontakte an den Türen und Fenstern und Stauklappen versorgt. Also sie funktioniert dann auch in normalen Fahrzeugen älteren Baujahres. Wenn ihr da Detailfragen habt, ruft einfach bei T-Tronic an. Die beraten euch und haben eine ausgesprochen gute und kompetente Hotline. Wie funktioniert es? Wir haben an allen Türen, Fenstern, Staufächern und Dachhauben diese Magnetkontakte. Die werden mit der Alarmanlage verbunden. Zudem solche Funkkabelschleifen. Damit sichern wir die Fahrräder, Tisch und Stuhl oder unsere Kajaks, aber auch die Solartaschen, wenn sie draußen stehen. Wird das Kabel durchtrennt oder abgezogen, dann geht die Alarmanlage los. Per Autoschlüssel, per Funkschlüssel oder per App wird die Alarmanlage im Übrigen gestartet bzw. ausgeschaltet. Mit dem Alarmsender kann man auch einen Notfallalarm auslösen. Beide Knöpfe drücken und die Sirene und die Hupe machen einen Heidenlärm. Ein Gaswarner sorgt nebenbei auch noch für Gas- oder Kohlenmonoxidsicherheit. Wird trotz aller Maßnahmen das Auto geklaut, kann man es noch während der Fahrt stilllegen. Dazu reicht ein Halten an der Ampel und der Motor schaltet ab. Per GPS lässt sich das Fahrzeug wiederfinden. Dabei funktioniert das per SMS und benötigt nicht mal Internet. Haben wir mal in einem Clip gezeigt, verlinke ich euch wie immer hier oben. Wirklich beeindruckend, wie das funktioniert. Mittlerweile lässt sich die Vipro 3 auch per Smartwatch oder Handy steuern. Und das Ganze ist modular aufgebaut. Also man kann jeder für sich selbst bestimmen, was für einen wichtig ist. Die Vipro 3 gibt es ab 300 Euro und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Für ein komplettes System solltet ihr um die 1000 Euro mal rechnen. Den Einbau zumindest der Vipro 3 an den CAN-Bus des Basisfahrzeugs, ja das solltet ihr einer Fachfirma überlassen. Die einzelnen Module sind dann nicht mehr ganz so schwierig. Wer Erfahrung mit der Fahrzeugelektronik hat, schafft es auch vielleicht allein. Ist dann aber halt ein eigenes Bastlerrisiko, wenn der Wagen plötzlich nicht mehr anspringt. Da im Fahrzeug keine Bewegungsmelder benötigt werden, können wir bei eingeschalteter Alarmanlage uns ganz normal im Wohnmobil bewegen. Damit wir nicht aus Versehen die Aufbautür aufmachen, ziehen wir immer als Erinnerung das Mückengitter vor, wenn die Alarmanlage scharf ist. Das könnt ihr natürlich bei euch ganz anders regeln. Angelehnte Fenster kann man übrigens ohne Alarm auszulösen schließen. Das ist im Sommer sehr praktisch. Für uns eine runde Sache, T-Tronic Alarmanlage Vipro 3. Einige unserer Clips dazu verlinke ich euch auf WOMO-Blog und im Text. Dometic Tisch und Stühle zeigen wir euch heute nicht in unserem Atelier, sondern entführen euch nach draußen, wo Inga nun übernimmt. Willkommen im WOMO-Blog-Außenbereich. Von Kampa gibt es neue Stühle und einen großen Tisch. Vielleicht kennt ihr schon Kampa. Kampa ist seit langem einer der marktführenden Hersteller leichter und funktionaler Markisen und hochwertiger Outdoor-Artikel. Doch die wenigsten wissen, dass Kampa seit einiger Zeit zu Dometic gehört. Kampa hat sich einen Namen gemacht durch aufflassbare Zelte und langlebige Campingmöbel. Und die neuesten schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Solche Klappstühle waren uns bislang immer zu unbequem. Hier sinkt man in der Mitte so ein und man hat, schwupps, keine echte Sitzfläche. Vor allem beim Essen, wenn man eigentlich aufrecht am Tisch sitzen will. Mal schauen, wie das Dometic beim Stuhl Consul Firenze gelöst hat. Der Aufbau ist ein wenig ruckelig, aber das kann auch daran liegen, dass die Stühle noch ganz neu sind. Leicht sind die Stühle nicht. Sie bestehen aus Stahl, aber insgesamt fühlt sich das sehr wertig an. Sie sind etwa 6 Kilo schwer, aber nehmen nicht viel Platz weg. Vor allem verglichen mit anderen Hochlehnern. Und jetzt die Sitzprobe. Ja, das ist super. Fühlt sich an wie ein richtiger, fester Gartenstuhl. Und das Highlight, die Rückenlehne, lässt sich in drei Stufen verstellen. Sehr bequem. Das erstaunt mich jetzt. So habe ich das eigentlich bei einem Klappstuhl noch nicht erlebt. Da sinkt man auch nicht so tief ein. Und es gefällt mir sehr gut. Ja, und der Tisch. Da haben wir den Zero Concrete Oval mit einer Tischplatte in Betonoptik. Vielleicht liegt es an der Platte, aber der Tisch sieht echt schwer aus. Ist er aber nicht. Das ist erstaunlich, wie leicht er ist bei der Größe. Das ist wirklich klasse. Okay, zugegeben, bei dieser Größe, das sind 90 mal 140 Zentimeter, da braucht man schon eine Heckgarage oder einen großen Unterboden, um ihn unterzubringen. Aber dafür ist der Tisch wirklich schön und mehr als ausreichend groß für bis zu sechs Personen. Die Füße lassen sich stufenlos verstellen und gleichen auch unebenen Boden aus. Und der Klappmechanismus ist auch echt praktisch. Man muss die Beine zusammenklappen, arretieren, fertig. Die Stühle wiegen sechs Kilo, der Tisch fünf Kilo. Zusammen ist das ein perfektes Team für den Urlaub. Das war es auch von hier draußen. Zurück ins Atelier. Vielen Dank, Inga. Dometic ist auch hier wieder gewohnt, wertigt und an den Stühlen werden wir viel Spaß haben. An Himmelfahrt hatten wir sie bei einem Gottesdienst im Wald dabei. Ja, und ich fühlte mich daheim wie im Fernsehsessel. Sehr gelungen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Tisch und Stühle von Dometic. Vielleicht habt ihr auf Facebook mitbekommen, dass wir gerade kleine Küken großziehen. Wie es dazu kam, dass Inga die Eier ausbrüten musste, wie dramatisch das war und wie eins im Sinne des Wortes aus dem Ei gepellt werden musste, damit es überleben konnte, seht ihr auf Ingas eigenem YouTube-Channel. Ihre Internetseite Ingas Bilderwelt gibt es schon lange, aber nun will sie das auch im Video zeigen. Jetzt könnt ihr uns einen Gefallen tun und den Kanal von Inga abonnieren, denn erst mit 1000 Abonnenten kann sie monetarisieren und hat mehr Möglichkeiten, die Filme zu präsentieren. Und nicht wundern, der Kanal startet erst. Ich verlinke ihn trotzdem schon mal im Text und auf WOMO-Blog. Danke Inga. Viele Rückmeldungen von euch hatten wir zu WhenLiveLocation. Und klar, wenn es nun wieder losgehen kann, dann ist ein sicherer Platz eine gute Sache. Für die, die die letzte Sendung nicht sahen, WhenLiveLocation ist eine Plattform für privat angebotene Stellplätze. Ihr steht dort exklusiv und fest gebucht. Habt ihr dort gebucht, steht dort kein anderer. Die Plätze sind dabei völlig unterschiedlich vom einfachen Platz an der Straße für die Durchfahrt bis hin zur hoch über dem Tal gelegenen Wiese mit Lagerfeuer und Sauna. Dabei ist auch das Preisspektrum vom Vermieter selbst festgelegt und ihr entscheidet. Es gibt Plätze von 11 bis 70 Euro für eine Nacht. Mit Sauna, Toilette, Fähr- und Entsorgung bis zu gar nichts. Dann müsst ihr komplett autark sein und natürlich nehmt ihr alles wieder mit, was ihr mitbringt. Gebucht wird über ein Portal im Internet. Ihr fragt mal einen Gastgeber an, bestätigt dieser euren Termin, wird sofort bezahlt. Dann erhaltet ihr auch den genauen Ort. So braucht ihr nicht einmal jemanden vor Ort und könnt euch dann dort einrichten. Aber auch das entscheidet jeder Gastgeber für sich. In unserem Test war das zu Corona-Zeiten nahezu perfekt. Wir haben niemanden persönlich treffen müssen und standen erlaubt und sicher irgendwo im Grün. Im letzten Clip hatte ich es schon angesprochen, ihr könnt euch als Gastgeber melden. Wenn ihr einen passenden Stellplatz habt, meldet euch doch bei der Plattform an. Oder ihr kennt einige tolle Plätze, dann könnt ihr euch als Scout anbieten. Ihr verdient dann an den vermieteten Plätzen mit. Dazu meldet ihr euch einfach bei WEN Live Location. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder auf WOMO Blog. Im letzten Clip hatte ich es schon angesprochen, ihr könnt euch als Gastgeber melden. Und jetzt neu, jeder Gastgeber, der sich bis zum 15. Juni 2021 als Gastgeber meldet, bekommt von WEN Live Location ein Willkommensgeschenk in Höhe von 50 Euro. Hierfür einfach nach der Registrierung und dem Anlegen des Stellplatzes eine kurze E-Mail an hello at WEN Live Location.com mit dem Code WOMO Blog 0521 senden. Als Gastgeber kann man je nach Platz nebenbei und ohne großen Aufwand zwischen 1000 und 3000 Euro im Jahr dazu verdienen. Das WEN Live Location Team berät euch zu rechtlichen und steuerlichen Fragen. Ihr seid kein Gastgeber, aber kennt einige tolle Plätze, dann könnt ihr euch als Scout anbieten. Dazu meldet ihr euch auch bei WEN Live Location. Den Link findet ihr in der Beschreibung oder auf WOMO Blog. Ah, unsere Frösche melden sich. Campinginfo bei PoiBase. Vor einigen Jahren habe ich auf WOMO Blog Stellplatz-Apps miteinander verglichen. Damals schnitt die Campinginfo von PoiBase schon ganz gut ab. Benutzt haben wir sie immer mal wieder, meist wenn wir einen Stell- oder Campingplatz auf einem Roadtrip suchten. Aber dabei haben wir offenbar völlig übersehen, dass aus dem Endline ein wunderschöner Schwan geworden ist. Denn die Campinginfo-App hat sich zum perfekten Begleiter entwickelt. Ihr habt die Möglichkeit, alle möglichen Filter bei der Suche zu nutzen. Ist ein Hund erlaubt? Kann auf dem Stellplatz auch ein Wohnwagen stehen? Gibt es Entsorgung? Ist der Platz barrierefrei? Wie ist die Bodenbeschaffenheit? Gibt es eine Waschmaschine? Und wir reden jetzt vom Stellplatz. Beim Campingplatz geht das natürlich auch. Und dazu die Frage mit ADAC-Card, Wintercamping, FKK, Schwimmbad oder die Frage, liegt der Platz am See oder am Fluss, an der Therme, am Strand? Und wenn ihr euer Ziel gefunden habt, könnt ihr euch gleich durch die App eigene Navigation dorthin navigieren lassen. Und jetzt kommt dabei für uns das Größte an der App. Wenn wir unsere Kajaks aufs Dach packen, sind wir 3,70 Meter hoch. Wir sind zwar mit 6,40 Meter noch recht kurz, aber halt sehr hoch. Und da kann es passieren, dass wir an einer Brücke oder vor einem Tunnel stehen bleiben müssen und uns einen neuen Weg suchen müssen. Zuletzt ist uns das in Polen passiert. In der App könnt ihr eure Höhe und Länge und Breite des Gefährts erfassen. Und die Route wird für euer Wohnmobil oder euer Gespann berechnet. Und das geht auch mit dem Gewicht. Habt ihr mehr als 3,5 Tonnen? Es werden auch Dieselfahrverbote berücksichtigt, Blitze angezeigt. Ihr könnt bei Tankstellen die aktuellen Preise ansehen oder gezielt zur billigen Tankstelle navigieren. Und ganz wichtig, um Daten zu sparen, könnt ihr die Datenbank auch aufs Handy laden. Falls ihr mal irgendwo seid, wo das Internet etwas dünn ist, dann geht das auch so. Ach und Geschwindigkeitswarnung kann der kleine Begleiter auch noch. Ich habe jetzt bestimmt noch einiges vergessen. Das Teil ist mittlerweile die eierlegende Wollmilchsau. Gilt das für ganz Europa? Ja, soweit ich weiß, kriegt man das überall hin. Und ganz neu, jetzt wird auch Android Auto für die Navigation unterstützt. Wenn eure Fahrzeuge Android Auto haben, kommt somit die App direkt aufs Fahrzeugdisplay. Camping-Info von Polybase müsst ihr euch unbedingt mal runterladen. Die App lebt dabei von einer großen internationalen Community, deswegen auch die Auslandsfunktion. Die Basis-App ist kostenlos. Durch In-App-Käufe könnt ihr sie aufpeppen. Die Pro-Plus-Version kostet 4,99 Euro im Jahr. Mit der Pro-Plus-Navi bekommt ihr auch die angesprochene Navigation. Kostet dann 9,99 Euro im Jahr. Wir freuen uns, dass die Macher der App für euch drei Lizenzen zur Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt bei uns jetzt dreimal die Pro-Plus-Version und einmal die Pro-Plus-Navi-Lizenz gewinnen. Alles was ihr tun müsst, ist, werdet auf WomoBlog Abonnent und sendet eine E-Mail an gewinnspiel.womo.blog. Mit dem Betreff Camping-Info und dem Text nennt ihr euren Namen und Adresse. Einen Sendeschluss ist der 30.06. Die Gewinner werden ausgelost und werden per Mail benachrichtigt. Eine Bauauszahlung der Gewinne ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Namen und Adresse der Gewinner teilen wir dem Hersteller anschließend mit. Rolling Homes! Zeige deine Camping-Leidenschaft! Euch ist es sicher schon am Anfang aufgefallen und nach dem Trailer hoffentlich auch. Der Jürgen trägt heute stylische Klamotten. Camping-Logo! Finde ich ziemlich cool. Meine Damen, darf ich Sie mal kurz vor die Kamera bitten? Unsere Hoodies und T-Shirts sind von Rolling Homes. Eike und Lea von Rolling Homes touren mit einem Oldtimer-Womo durch die Lande und holen sich die Inspiration für die Designs auf ihren Touren. Na, und wir freuen uns jetzt, dass wir sie euch hautnah präsentieren dürfen. Okay, als Models werden wir wohl nicht die Welt erobern. Aber es geht ja um die T-Shirts und nicht um uns. Es gibt dem Shop von Rolling Homes noch etliche tolle Shirts und solche Gadgets wie diese Tasse. Schaut euch einfach mal auf der Internetseite der beiden um. Heute und in den nächsten Sendungen zeigen wir euch immer mal wieder was aus dem Sortiment. Und Rolling Homes hat ebenfalls einen Rabattcode für euch. Mit dem Code WOMOBLOCK spart ihr die Versandkosten und könnt somit ungeschwert shoppen. Viel Spaß! Uns gefallen die Designs und Slogans ausgesprochen gut. Ja, und das Material trägt sich einfach super. Danke Rolling Homes. Link im Text oder auf WOMOBLOCK. Aus den Foren. H7 LED-Lampen von Osram sind nun auch für den Ducato erlaubt. Das heißt, ihr könnt nun eure Lampen an Ducato auf LED umrüsten. Die Osram Nightbreaker H7 LED hat dabei bis zu 220% mehr Helligkeit und ist das erste legale LED H7-Ablendlicht im Straßenverkehr. Und das Schönste, einfach wie eine normale Lampe austauschen. Unser Gastautor Hannes Schlee hat dazu mitgeteilt, dass man besser noch die Dichtkappe hinten drauf austauscht, damit bei Hitzeentwicklung die Lampe einfach mehr Platz hat. Die Lampe und die Abdeckung verlinke ich euch im Text und natürlich auch auf WOMOBLOCK. Aus dem Internet. Camper Style hat sich mit dem Thema Silberion befasst und einen Experten zu einem Interview gefunden. Dr. Michael Sefkow erklärt uns Laien, was Silber und Silberionen so machen und warum ihr es aus dem Tank lassen solltet. Nicht nur die, die immer noch Silberionen in ihren Tank schütten, sollten sich diesen Artikel einmal durchlesen. Es lohnt sich, denn die Wirkung von Silberionen wird nach wie vor unterschätzt und vielleicht auch bewusst kleingeredet. Leute, es muss doch einen Grund geben, warum Silberionen im gewerblichen Bereich nicht mehr erlaubt sind, aber die Privatleute weiterhin fleißig viel, viel Geld in Campingshops für das schädliche Zeug auf den Tresen legen. Zwei Zitate an der Stelle. Neben der direkten Schädigung von menschlichen Zellen haben Silberionen aber auch einen indirekten Effekt. Verschwiegen wird aber, dass die freigesetzten Silberionen sehr wohl in das Gehirn gelangen und dort schädigende Wirkung entfalten können. Das sagt doch einiges. Also dann doch lieber Tank O3, einen vernünftigen Vorfilter oder eine UV-Lampe im Tank und regelmäßig den Tank sauber machen. Das verlinke ich euch wie immer unten im Text oder auf WOMO-Blog. Und an der Stelle wieder etwas in eigener Sache. Uns erreichen manchmal ziemlich üble Mails und Kommentare. Alles gut, Kritik ist völlig in Ordnung und oft versuchen wir etwas daraus zu lernen und zu ändern. Manchen Kritiker sind wir nicht professionell genug. Deswegen gibt es manchmal Ton- oder Farbprobleme in unseren Filmen. Dafür entschuldigen wir uns. Aber wir bemühen uns auch, das beim nächsten Mal besser zu machen. Aber der Vorwurf, wir machen hier ja nur Reklame und verkommen zu einer Lobhudelei an die Industrie. Ja Leute, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das hier ist eine Art Schaufenster. Und nur so viel, wir zeigen euch, was wir auch gut finden. Ansonsten zeigen wir es vielleicht auch, aber sagen dann auch, was uns stört. Oder wir zeigen es einfach gar nicht. Das ist eigentlich unsere Art der Missachtung für ein Produkt. Und ja, an unseren Links verdienen wir tatsächlich Geld. Das sind meistens ein paar Cent, die Amazon und Co. bezahlen, wenn ihr das Produkt kauft. Aber das hält den Kanal hier am Laufen und dafür schämen wir uns auch nicht. Also bitte, übt weiter Kritik, so werden wir besser. Aber bitte, bitte, bitte in einem vernünftigen Ton. Dankeschön. Weiter geht's. Stellplätze Schweiz. Die Kollegen aus der Schweiz von womoblog.ch sind auch noch auf der Seite wohnmobilland.schweiz aktiv. Und in Sachen Stellplatz können wir uns bei den Schweizern wirklich eine Scheibe abschneiden. Rolf und Anita berichten, dass im letzten Jahr 113 neue Stellplätze in der Schweiz geschaffen wurden. Und dieses Jahr sind es schon 60 neue angekündigt. Vor der Pandemie waren es nicht mal 100 offizielle Plätze, bald sind es 260. So eine Entwicklung, auf Deutschland hochgerechnet, würde meine grundsätzlichen Sorgen um das Campingland Deutschland ein wenig zurückdrängen. Auf der Schweizer Seite findet ihr viele tolle Informationen zur Schweiz und natürlich solltet ihr auch mal bei Anita und Rolf auf womoblog.ch vorbeischauen, denn auch diese Seite ist wirklich lebenswert. Danke an Rolf für die Info und es wird Zeit, dass wir uns mal leibhaftig treffen. Solltet ihr zufällig zum Caravansalon kommen, wäre das vielleicht eine Gelegenheit. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch zu treffen. Womit wir zur nächsten Botschaft kommen. Der Caravansalon findet statt. Die weltgrößte Messe rund ums Thema Camping und Caravaning findet vom 27. August bis 5. September in Düsseldorf statt. Ob, wie und wer alles nicht dabei sein wird, erfahren wir sicher erst in den nächsten Wochen. Aber Fakt ist, schon im vergangenen Jahr haben sich die Macher sehr um das Hygienekonzept bemüht und ich bin zuversichtlich, dass sie es auch in diesem Jahr hinbekommen. Ich war an einem Sonntag damals dort und einzig am Nachmittag hatte ich das Gefühl, dass viele Besucher im Eifer des Gefechts völlig vergessen hatten, dass wir ein Pandemie-Problem haben. Ansonsten war es perfekt organisiert und ich fühlte mich trotz der vielen Menschen nicht unwohl. Bin gespannt, wie es in diesem Jahr wird. Man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, unter Leute zu gehen. In der letzten Sendung hatte ich ein Thema Glattweg unterschlagen. Die Reserverat-Diskussion. Hand aufs Herz, wer hat von euch kein Reserverat am Wohnmobil oder Wohnwagen? Ja, wir auch. Im Wohnwagen hatten wir immer eins, auch beim alten Wohnmobil. Unser jetziges hat keins. Warum? Genau, darum geht es im Forum. Zuerst einmal die Gewichtsfrage. Halterungen und Ersatzreifen wiegen ziemlich viel. In Deutschland und meist auch im Rest Europas hilft euch der ADAC oder vergleichbare Organisation. Wir wurden schon zweimal vom ADAC zurückgebracht und auch der Wohnwagen wurde mit dem zerfetzten Reifen per Hänger nach Hause gebracht. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Insofern hat die Nicht-Reifen-Fraktion recht. Eine ADAC oder vergleichbare Mitgliedschaft ist ein gutes Ruhekissen. Im Forum könnt ihr darüber mitdiskutieren und euch Informationen holen. Bücher, Bücher, Bücher. Heute habe ich zwei Stück für euch und eins verlosen wir. Da wäre zum einen mal der Camping-Krimi. H. K. Anger hat ihn geschrieben. Und peinlich, peinlich. Ich habe mich schon auf den ersten Seiten im Ehemann wiedererkannt. Das ist so witzig und trotzdem ohne Stereotype. Lustig und lesenswert und spannend. Katrin fährt mit ihrem Oldtimer-Wohnmobil. Ihr Mann ist verstorben und eines Tages findet sie einen Strauß Blumen an der Windschutzscheibe. Daraus wird eine Schnitzeljagd, die lebensgefährlich wird. Mehr erzähle ich jetzt nicht. Kann ich auch gar nicht, weil ich bin noch nicht durch. Camping mit Todesfolge. H. K. Anger. Und von diesem Buch aus dem Know-how-Verlag darf ich heute drei Stück verlosen. Womo und Weg Deutschland. Die schönsten Touren zwischen Meer und Mittelgebirge. Mit diesem Band geht es um den Norden bis hin zu den Mittelgebirgen. Gezeigt werden tolle Routen, Camping und Stellplätze mit hohem Wohlfühlfaktor. Zahlreiche Anregungen für Ausflüge und Wanderungen und ja, extra Tipps. Action per Fahrrad, Kanu oder zu Fuß. Infos zur regionalen Küche, lokalen Hintergründen. Ja, das reicht für mehr als einen Urlaub. Echt nett gemacht. So könnt ihr gewinnen, werdet auf WOMO-Blog Abonnent. Hier auf YouTube seid ihr das ja hoffentlich schon. Also bitte auf WOMO-Blog eure E-Mail-Adresse eingeben. Dann bekommt ihr immer eine Info über neue Blogs und Videos. Anschließend noch eine Mail an gewinnspiel.womoblog mit dem Betreff Know-how-Verlag. Und im Text eure Namen und Adresse schreiben. Einsendeschluss ist der 30.06.2021. Die Gewinner werden ausgelost und werden per Mail benachrichtigt. Eine Bar-Auszahlung der Gewinne ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Solltet ihr gewonnen werden, werden wir... Solltet ihr Gewinner sein, bekommt der Know-how-Verlag von uns eure Namen und Adressen, damit sie euch das Buch auch senden können. Alle anderen Namen und Adressen bleiben im Übrigen immer bei uns. Wir werden sie weder für Werbezwecke verwenden, noch irgendwelchen Unternehmen zur Verfügung stellen. So, jetzt gab es einiges zu gewinnen. Daher nochmal die Bitte an euch. Kennt ihr tolle Gadgets, Themen oder Produkte? Dann stellt sie uns doch vor. Oder ihr stellt selbst Produkte her für Outdoor-Camping und möchtet, dass wir sie vorstellen? Dann kommt mit uns ins Gespräch. Und nun die obligatorische Frage an Nadja. Was hat dir dieses Mal am besten gefallen? Mein kuscheliger neuer Hoodie. Na, Inga darf heute auch mal sagen, was ihr am besten gefallen hat. Ja, ich fand natürlich die Stühle schon ziemlich bequem. Ich finde die super. Mir hat natürlich meine Vibro gefallen. Ich fühle mich damit einfach sicher. Bevor ich es vergesse. Danke an Inga. Das war ein toller erster Auftritt. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du ab und zu uns weiter neue Produkte präsentierst. Ihr Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like. Abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf WOMO-Blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Und na klar, schreibt uns einen Kommentar. Diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich laufe jetzt noch ein bisschen dem Froschkonzert hier draußen und genieße den Tag. Wie viele Camping waren es? Weiß nicht. Fünf? Fünf? Ja. Gehört dazu. Gehört dazu.